Hey ihr Lieben, kaum schaue ich gerade in den Eimer, ist die zweite Gastrika-Otheke gerade geschlüpft. Alles sitzt voll. Ich werde noch Bilder anhängen, wo ich sie genauer drauf bekommen habe. So kleine Makroaufnahmen. Ja, seht selbst. Der ganze Deckel sitzt voll. Ja, gelegt wurde sie am 6.9. und der Schlupf erfolgte heute. Ja, also gute fünf Wochen. Ich bin mega happy und hoffe, dass ich sie genauso groß bekommen werde wie die erste Otheke bis jetzt. Die ist nun bis jetzt L3. Ja, bis bald und kommentiert fleißig. Tschüssi Li. Tschüssi Li. Tschüssi Li. Tschüssi Li. Vielen Dank.